Ah, ja, na kommt ihr zwei. Ja, 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 schau mal. Ja, ja. Ja, ja, schau mal ein kleines Päune. Aha, haha, ja, ja. Ja, komm, ich hab ihn mal. Ja, ja komm. Ja, ja komm. Ja, komm, komm, komm. Das ist ja schön. Ja, das ist ja schön. Ja, das ist ja schön. Ja, komm. Komm, komm. Ja, mein kleiner Freund. Ja, komm. Ja. Ja. Ja, komm. Ja. 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 Schaut mal. Ja. Was ist denn? Ja. Ja. Ja, komm, meine kleinen Freunde. Ja, komm. Ja, komm. Du bist doch ein kleiner Freund. Dann seid ihr jetzt auf einmal wieder so ängstlich, ihr zwei. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, komm mal hier. Du bist zwar auch Spaß, ne? Ja. Aber viel größer. Ja. Ja. Komm, wir gehen weiter, Schatz. Ja, ich sitze ja sonst eigentlich nicht hier. Ja, ja. Aber heute, weil die haben einige Tage die Jungvögel nicht mitgebracht, wahrscheinlich wetterbedingt. Und jetzt kommen sie dabei heute. Und dann kamen die jetzt hierher, aber auch nicht alle vier, nur zwei. Und dann habe ich gedacht, jetzt setze ich mich mal aus. Und jetzt weise ich hierhin. Heute ist auch nicht so viel los. Ja. Ja. Ihr seid ja süß. Komm, wir gehen mal weiter. Also, tschüssi. 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 Du brauchst so keine Angst zu haben, hm? Und du willst immer noch gefüttert werden vom Papa? Hm? Oh, mein kleiner Freund. Ja, komm. Ja, komm. Hm? Ja. Na komm. Na komm, meine kleine. Ja, komm. Ja. 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 Schön seid ihr. Es ist ja so schön, dass ihr alle vier hier seid. Ja, da sind zwei. Ja, da sind zwei. Oh, meine Schatze. Die sind alle so ängstlich. Das dauert ein, zwei Tage. Ja. 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 Er kommt, er kommt, er kommt, ein kleiner Schatz, ja er kommt, ein kleiner Teil, er kommt, er kommt, er kommt, ja siehst du, ist doch alles schön. Ein kleiner Teil, ein kleiner Teil.